Im Südtiroler Landtag wird in diesen Tagen einmal mehr über die Regelung der Ortsnamen debattiert. Seit Jahrzehnten ist dies das politische Reizthema schlechthin. Die Südtiroler Volkspartei möchte eine Fachkommission einsetzen, die mehrheitlich aus deutschsprachigen Beamten bestehen soll. Diese Kommission soll prüfen, welche Ortsnamen künftig verwendet werden sollen. Der Partito Democratico, Bündnispartner der SVP in der Landesregierung, möchte aber eine dreisprachige Kommission. Aus dieser Konfliktlage soll ein Ausweg gefunden werden. Die Ortsnamenregelung in Südtirol ist ein Buch mit sieben Siegeln. Kein Thema wurde seit 30 Jahren so zerredet wie dieses. Die Befugnis für eine endgültige Entscheidung in dieser Causa liegt einzig und allein beim Landtag. Und darin liegt der Hund begraben. Denn die einzelnen Fraktionen im Hohen Haus sind so uneins wie noch nie. Der gestern eingebrachte Gesetzentwurf der SVP wurde nun auch vom Koalitionspartner PD zerklaubt. Die SVP hat diesen Gesetzentwurf vorbereitet und deswegen haben wir unsere Förderung geschrieben. Und das sind, dass wir diese Paritätische Kommission wollen. Das heißt, alle Sprachgruppen müssen, sollen mit einbezogen werden. Nach dem Willen der demokratischen Partei sollen drei Kommissionsmitglieder von der Landesregierung und drei vom Landtag bestellt werden. Auf einer Dringlichkeitssitzung heute früh hat sich die SVP diesbezüglich kompromissbereit gezeigt. Unter bestimmten Umständen sind wir bereit, diese Kommission so zu akzeptieren. Das heißt, dass zwei deutschsprachige, zwei ladinischsprachige und zwei italienischsprachige diese Kommission bilden. Wobei mit absoluter Mehrheit entschieden wird und keine Sprachgruppe ein Vetorecht hat. Aber nur unter bestimmten Voraussetzungen, wenn auch Bedingungen unsererseits akzeptiert werden, über die wir zurzeit mit dem Parti der Demokratik diskutieren. Der Kompromiss hat viel Staub aufgewirbelt. Eine Delegation des Schützenbundes manifestierte dies bei einer Protestaktion im Foyer des Landtags. Die faschistischen Ortsnamen sind und bleiben ein Unrecht und die können jetzt nicht nachträglich anerkannt werden. Da würde man nachträglich noch Dolomay-Recht geben und der würde einen Sieg auf ganzer Linie einfahren. Die Volkspartei hatte sich von Anfang an bereit erklärt, bestehende Gemeindenamen zweisprachig beizubehalten, also die italienischen Ortsnamen aus der Faschistenzeit zu übernehmen. Dies stößt auf der Deutschen Oppositionsbank auf heftigsten Widerstart. Der Landtag hat die Kompetenz und diese Dinge sind auch im Landtag zu entscheiden. Und wenn die Volkspartei tatsächlich diese Dinge so umsetzen will und heute wirklich mit Hilfe des SPD dieses Gesetz verabschiedet, dann weiß ich nicht, also dann ist es wirklich, dann ist es nicht mehr heikel mit dieser Regierung. Ob die Kompromisslösung vom Landtag angenommen wird, dürfte sich, wenn überhaupt, erst morgen zeigen. Erst dann kann man ein entsprechendes Gesetz entwerfen und die Kommission bestimmen. Die unendliche Geschichte findet also eine weitere Fortsetzung.